Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 340. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Alte Bahnstrecken sollen für den Nahverkehr saniert werden. Alte Bahnstrecken sollen für den Nahverkehr saniert werden. In diesem Gebäude müssen die Decken abgestützt werden. In diesem Gebäude müssen die Decken abgestützt werden. Immer mehr Windkraftanlagen werden gebaut, um Energie zu liefern. Immer mehr Windkraftanlagen werden gebaut, um Energie zu liefern. Immer mehr Windkraftanlagen werden gebaut, um Energie zu liefern. Magst du Salat kombiniert mit roter Orange? Hast du Äpfel und Orangen im Bioladen gekauft? Hast du Äpfel und Orangen im Bioladen gekauft? Welche Musik hörst du am liebsten? Welche Musik hörst du am liebsten? In welcher Etage des Hochhauses wohnst du? In welcher Etage des Hochhauses wohnst du? Die Farbe meines Augen-Make-Ups passt zu meinen Nägeln. Die alte Straßenbahn steht verlassen auf einem Abstellgleis. Die alte Straßenbahn steht verlassen auf einem Abstellgleis. Sollen wir in diesem Jahr ein Ferienhaus in Dänemark buchen? Sollen wir in diesem Jahr ein Ferienhaus in Dänemark buchen? Sollen wir in diesem Jahr ein Ferienhaus in Dänemark buchen? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir genießen unsere gemeinsame Zeit in der Hängematte. Wir genießen unsere gemeinsame Zeit in der Hängematte. Das heutige Mittagessen ist Hähnchenbrust mit Kapern, Zwiebelringen und Zitronenschale. Im Aufenthaltsraum unseres Unternehmens befindet sich ein Billardtisch. Im Aufenthaltsraum unseres Unternehmens befindet sich ein Billardtisch. Im Aufenthaltsraum unseres Unternehmens befindet sich ein Billardtisch. In der Mittagspause spielen wir oft Billard, um uns zu entspannen. Im Aufenthaltsraum unseres Unternehmens befindet sich ein Billardtisch. Der Workshop dauert nur zwei Tage. Am Donnerstag bin ich wieder zurück. Der Workshop dauert nur zwei Tage. Am Donnerstag bin ich wieder zurück. Der Workshop dauert nur zwei Tage. Der Zahnarzt ist zufrieden. Meine Zähne sind in Ordnung. Wir müssen uns morgen über deine berufliche Entwicklung unterhalten. Ich habe einen interessanten Vorschlag für dich. Wir müssen uns morgen über deine berufliche Entwicklung unterhalten. Auch die Arzneimittelpreise sind in diesem Jahr um elf Prozent gestiegen. So früh am Morgen ist noch niemand am Strand. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.